Dieses Paket wird hier gleich geöffnet. Alles, was hier drin ist, wird euch gehören. Das Ganze ist nur durch euch ermöglicht worden. Let's go! Eine Million Abonnenten, Mann! Gamebase.de. Die Mobile Gaming Revolution. Du willst dein Skill Level erhöhen und ein besseres Spielgefühl bekommen? Dann bestelle dir am 20.06.2020 um 16 Uhr dir auf 1000 Stück limitierten Sticks auf www.gamebase.de. Das ist eine Million Abonnenten-Gewinnspiel. Alles Dankeschön, verlose ich Produkt im Wert von über 5000 Euro, unter anderem iPads, iPhones, AirPods, Scheiß-Boxer-Boxen, Sticks und vieles mehr. Wenn ihr mitmachen wollt, ganz einfach meinen Kanal abonnieren, Marvin Vlogs Kanal abonnieren, im Anschluss auf 1mio.scheißboxer.shop gehen, Link unten in der Videobeschreibung, und einfach eure Handynummer eintragen, dann macht ihr auch schon mit, super easy. Viel Spaß und viel Glück an alle. Leute, ihr seht hier den Live-Counter. Wir sind ganz, ganz kurz davor, die eine Million Abonnenten zu knacken. Marco ist ja auch noch im Hintergrund. Marco, du kannst schon mal den Pop-A-Ready machen. Dieses Paket wird hier gleich geöffnet. Alles, was hier drin ist, wird euch gehören. Also Leute, gönnt euch auf jeden Fall. Lasst euch gerne ein Abo da. Das ist ein historischer Moment, Alter. Das ist echt ein historischer Moment. Es ist so krank, Digga. Es ist so unnormal heftig. Wie viel fehlen noch? Ich glaube, es fehlen noch 10 Abonnenten oder so. Digga, was? Das ist so krank, Alter. Das ist so krank. Eine Million einfach. Da kommt einfach eine Null dazu, zu den jetzigen. Und Leute, ihr seht hier den Live-Counter. 999.000 Abonnenten. Dieses Paket wird euch gehören. Ich werde es gleich öffnen, sobald wir es erreicht haben. Alter, ich bin so aufgeregt. Ich weiß nicht, wieso. Es ändert sich nur die Zahl. Das ist eigentlich im Prinzip nur die Zahl, die sich ändert. Sonst... Es ist krass, Digga. Das ist eine krasse Zahl. Übrigens, Leute. Am 20.06. um 16 Uhr kommen die neuen GameSticks raus auf www.gamebase.de. Ihr könnt sie euch auf jeden Fall gönnen mit dem Rabattencode Pookie. Spart ihr nochmal 5%. Ja, das heißt, falls ihr auf der Webseite keinen krassen Code gewinnt, dann könnt ihr Pookie auf jeden Fall verwenden. Aber apropos Webseite. Ihr könnt auf jeden Fall noch bis zum 19. also nicht mehr lange auf der Webseite Gutscheincodes. Und wenn ihr sogar viel Glück habt, gratis Sticks gewinnen. Einfach auf die Seite gehen. Gamebase.de. Link in der Videobeschreibung. Kurz warten. Dann kommt ein Pop-Up. Da müsst ihr eure Handynummer eintragen. Und dann könnt ihr im Prinzip eine von diesen 5 Boxen öffnen. Und da kann tatsächlich auch eben ein Pack gratis Sticks drin sein. Oder ein 50% Code. Und natürlich auch kleinere Rabattcodes. Ja, deswegen macht ihr auf jeden Fall mit. Gönnt euch das, solange die Möglichkeit noch da ist. Das sind nice Dinger. Ich zeige euch noch ganz kurz, was man damit machen kann. Und zwar in einem Pack sind zwei Sticks drin. Da gibt es den Schwarz und den Weiß. Ich habe jetzt hier die Schwarzen am Start. Die kann man einfach verwenden, um Brawl Stars zu zocken. Das heißt, ich gehe jetzt hier in ein Friendly Gameball rein, um das zu testen. Zack. Hier am Handy. Und ich kann jetzt diesen Stick einfach aufsetzen auf den virtuellen Joystick. Und kann damit dann einfach meinen Brawler steuern. Richtig, richtig krasse Sache. Also es funktioniert echt mega, mega smooth. Und macht echt Bock, damit zu zocken. Man kann mit einem zocken oder mit zwei, je nachdem, wie man Bock hat. Ich zock meistens nur mit dem linken, aber das ist dann, denke ich mal, einfach Geschmackssache, wie man halt Lust hat. Ich schieße es erst mal in ein Eigentor. Let's go. Und Gang, Alter. Nice. Hol durch die Stick. Okay, Leute. Wir sind bei 999.000 Abonnenten. Es fehlen, glaube ich, noch wahrscheinlich circa unter 10 Abonnenten. Ich gucke jetzt mit Absicht nichts. Ich warte, bis es sich hier aktualisiert wird. Ich habe dich auch abonniert. Ehrenmann, Marvin. Du kommst genau reichzeitig. Es wird jetzt reichzeit. Ich weiß. Eine Million Abonnenten. Ja, Marco ist auf jeden Fall fresh am Start. Und Leute, ich will jetzt schon mal sagen. Das Ganze ist nur durch euch ermöglicht worden. Let's go. Eine Million Abonnenten, Mann. Oh mein Gott, Alter. Let's go, Mann. Let's go. Wir haben es. Holy shit, Alter. Oh mein Gott, Digga. Wer macht das hier sauber? Wer wird das sauber machen? Ich öffne jetzt das Paket. Das ist für euch, Leute. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der mich hier auf diesem Weg begleitet hat. Der hier schon seit langer Zeit Abonnenten ist und mich immer aufs Neue supportet. Das Ganze habe ich euch, nur euch da draußen zu verdanken. Und ich schätze das wirklich enorm. Liebe geht auf jeden Fall raus an euch alle, Leute. Alter, diese Zahl sieht so geil aus. Let's go. Dann öffnen wir jetzt mal das Paket, würde ich sagen. Und jetzt könnt ihr gespannt sein, was hier drin ist. Oh, ich habe da noch ein Paket. Ja, aber da ist noch ein Paket. Es werden jetzt zwei Pakete geöffnet. Also, ich sage euch so schon Danke, ja. Aber ich glaube, das ist nicht genug. Ich muss euch auf jeden Fall auch ein bisschen was zurückgeben. Und deswegen habe ich hier was Kleines vorbereitet. Ich glaube, wir haben es noch nicht gesehen. Zusammen mit Marvin. Marvin hat hier auch einen kleinen Teil dazu gesponsert. Also schon mal auch Shoutouts an Marvin. Danke dafür. Kein Problem. Und Glückwunsch, Bro. So krass, Digga. Danke dir. Eine Million. Danke, danke, danke. So, Leute. Jetzt wird das Paket geöffnet. Dieses Paket ist für euch. Ich öffne es jetzt. Es ist echt krass. Es ist echt ultra krass. Es ist echt krass. Mach die Seite auf. Ich mach die Seite auf. Nein. Oh, shit. Nein. Oh, shit. Nein. Es gibt ein mega fettes Gewinnspiel, Leute. Guckt euch das an, Leute. Das ist alles für euch. Das ist alles für euch. Alles, was hier drin ist. Wir haben hier einmal iPhone 11 Pro Max mit 256 GB in Space Gray. Das ist schon mal am Start. Dann haben wir ein iPhone 11 in Space Gray mit 64 GB. Noch ein iPhone 11. Digga, richtig krank. Dann haben wir zweimal AirPods Pro und zweimal normale AirPods. Dann haben wir noch, let's go, ein iPad Pro. Ein iPad Pro, das wird auch noch verlost. Das ist die 11 Zoll Edition mit 256 GB. Und wir haben noch ein iPad. Das 12,9 Zoll iPad mit 256 GB. Das neue iPad Pro. So ein Ding kostet 1300 Euro oder so. Leute, das ist übrigens noch nicht alles. Den Rest habe ich nicht hier. Und zwar werden noch 10 scheiß Boxerboxen verlost. Es werden noch 10 Game Sticks verlost. Und es werden noch Gutscheinkarten. Es werden Gutscheinkarten für Google Play und für iOS für den App Store verlost. Insgesamt da auch noch mal 1000 Euro. Das heißt, 10 mal 100 Euro Gutscheine für iOS oder für Android. So, Leute. Also, diese ganzen Sachen gibt es zu gewinnen. Ihr wisst, was zu tun ist. Ihr müsst nur diesen Kanal abonnieren. Marvin's Kanal abonnieren. Und einfach auf 1mio.cheißboxer.shop gehen. Und dort einfach eure Handy Nummer eintragen. Dann werdet ihr kontaktiert, solltet ihr gewonnen haben. Am 10.7. Danke für die ganzen Donations, Leute. Ich kann mich nicht aufgeben. Digger, ich habe so viel Geld ausgegeben. Aber wie gesagt, ich wollte euch einfach was zurückgeben. Und ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall darauf. Danke für die Donation. Kuss geht raus. Vielen lieben Dank nochmal an jeden Einzelnen, der hier abonniert hat. Am 20.06. kommt unsere eigene App raus. Und zwar Superbam. Leute, ihr seht es gerade eingeblendet. Wir bringen unsere App raus. Erhältlich im App Store und im Google Play Store. Könnt ihr euch jetzt schon vorbestellen. Die kostet natürlich nichts. Die App ist generell kostenlos. Ihr könnt euch dort Stickerpacks für WhatsApp holen. Also, es gibt eines kostenlos. Dann könnt ihr auch noch welche kaufen. Und es gibt auch Soundpacks, wo wir irgendwelche Sounds sagen. Könnt ihr einfach so rauftippen. Und das wird dann abgespielt. Ziemlich coole Sache. Und Leute, am 20. wird in dieser App ein Video erscheinen. Was ihr nur in diesem Video, äh, nur in dieser App meine ich natürlich, seht. Und dieses Video wird so unglaublich heftig. Wir werden da was richtig krasses aufnehmen. Also holt euch die App. Am 20. kommt sie raus. Und vorbestellend geht ihr jetzt über den Link in der Videobeschreibung. Gamebase.de. Und dann einfach auf eure Plattform, iOS halt, oder Android draufdrücken. Und dann kommt ihr auch schon zum Stolen. Äh, ihr wisst jetzt Bescheid. Ihr könnt beim Gewinnspiel auf jeden Fall mitmachen. Das läuft jetzt noch ein bisschen. Was ist mit dem hier? Oh, stimmt. Alter, bin ich los. Alter, ich bin zu ausgelegt, Alter. So, wir haben noch was hier, Leute. Wir haben noch was hier. Oh mein Gott, was? Wir haben noch was hier. Frisch aus dem YouTube Headquarter. Oh mein Gott. Let's go, Digger. Wie krass. Wie riesig ist der denn? Holy shit, Leute. Oh mein Gott, wir haben hier erstmal die Urkunde hier von YouTube fürs Erreichen der eine Million Abonnenten. Holy shit, gönnt euch diesen Playbutton, Leute. Der Playbutton ist da. Überpünktlich war er schon hier. Richtig, richtig krass. Und jetzt packe ich den einfach mal aus. Oh mein Gott, dieses Ding sieht so heftig aus. Der Boxer sagt danke für deine Schwester. Der ist kaputt? Bin jetzt aber enttäuscht. Der ist kaputt. Scheiße, ich muss mir eine neuen, äh, muss mir eine neuen irgendwie organisieren. Leute, guckt. Also, der, dass der Button hier ist so ein kleines, äh, so ein kleiner Fehler irgendwie drin. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber... Oh mein Gott, wie geil sieht dieser, äh, Playbutton bitte aus, Alter. Holy shit, den kann ich jetzt auch noch aufhängen. Richtig krasse Sache, Alter. Daran habe ich gerade gar nichts mehr gedacht, dass der auch noch am Start ist. Eine Million Abonnenten, Alter. Alter, das sieht jetzt so krass aus. Holgericht, da hat sogar ein Spiegel drin. Da kann ich mich selber beobachten. Geil, Alter. Richtig, richtig nice Sache. Ja, äh, den ganzen Bums, äh, werde ich auf jeden Fall nicht aufräumen. Das kann dann, äh, Marco machen. Er hat das auch gezündet. Das werden wir natürlich zusammen machen. Oder ist halt leider. Der Link ist auf jeden Fall jetzt unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. магазine. Bis zum nächsten Mal.